Oh Mann, Leute, das Klima ist doch kein Fußballspiel. Ich schau mir das jetzt mal genauer an. Im Grunde genommen, ich selber kann doch nichts machen. Also sicher kann jeder für sich ein bisschen was machen. Und diesen kleinen Unterschied machen dann eine Millionen Personen. Gegenangriff, super. Es wird so getan, als wenn wir jetzt hier alle noch mit dem Lastenfahrrad rumfahren. Ja, ist ja irgendwo Augenwäsche reich. Ha, ich sehe hier eine klassische Situation von Realitätsverweigerung. Man muss ja nicht sein Leben konsequent ändern. Aber ich versuche, den Wissenschaftsrat, soweit ich es weiß, zu folgen. Die Einstellung gefällt mir schon besser. Damit kann ich arbeiten. Schauen wir uns nur mal die Fakten an. Dann können wir mit ganz einfachen Maßnahmen unseren CO2-Fußabdruck halbieren. So viel Effekt mit so wenig Einsatz, das sehe ich nicht mal auf dem Spielfeld. Aber es müsste wirklich jetzt los gehen. Und wenn wir jetzt noch als Team zusammenarbeiten, dann steht dem Aufstieg nichts mehr im Wege. Das istENTE, was wir. Das ist schon egal. Das ist eineスト menos wichtig. Es stimmt. Ja, ich binIX nicht mehr. Die Zeit einer Bel s shed. Das sind wir. , okay. Also.